Die Veranstaltung Tag der Lehre an der FH St. Pölten gibt es ja jetzt schon seit 2012, heuer das sechste Mal. Die ursprüngliche Idee war eine interne Austauschveranstaltung von besonders gelungenen Lehrveranstaltungen aus den unterschiedlichen Studiengängen zu machen und bereits ein Jahr später haben wir dann mit Unterstützung der Hochschulleitung fast auch schon ein bisschen internationale Tagung draus gemacht und das hat sich jetzt über die Jahre fortgesetzt, eben bis heuer 2017, wo wir 150 Leute hier haben, davon zwei Drittel extern, teilweise auch international. Das macht uns schon einigermaßen stolz. Von der Themensetzung, also heuer Deeper Learning, da haben wir unter einer Dachmarke vieles sehr, sehr gut zusammengefasst, was wir ohnehin schon betreiben, wo wir uns aber noch weiterentwickeln wollen. Rund um studierendenzentriertes Lernen, rund um Kompetenzorientierung, rund um Rollenwandel des Lehrenden, weg vom reinen Vortragenden, also alle diese 21st-Century-Skills. Und ich denke, wir haben auch mit dem Professor Meier wirklich einen sehr, sehr kompetenten Keynote-Speaker für den Aufriss des Themas gefunden in diesem Jahr. Ich hatte im letzten Semester, in den letzten zwei Jahren das große Glück, dass wir und ein Forschungskolleg gegründet haben, das sich speziell mit dem Thema Deeper Learning auseinandersetzt. Und wenn man sich dann näher mit auseinandersetzt, dann wird das Thema sehr schnell sehr unbequem, weil es gibt mittlerweile eine ganze Zahl von seriösen Studien, die sagen, es ist nicht nur so, dass die Studierenden an den Colleges und an den Universitäten weltweit weniger lernen, als wir gerne glauben möchten. In manchen Teilbereichen ist bei Studierenden sogar eine Abnahme der Kompetenzen zu verzeichnen. Und man muss sich dann die Frage stellen, wie kann es sein, dass an solch renommierten Unis wie in Harvard Leute sich offen hinstellen und sagen, also irgendwas läuft grundsätzlich falsch. Der Begriff ist relativ gut definiert. Es stammt aus dem Amerikanischen und die verstehen Deeper Learning oder vertieftes Lernen als die Fähigkeit, Dinge, die ich in Kontext A lerne, in Kontext B einzusetzen. Also da geht es um Wissenstransfer. Und was das Besondere an dem Konstrukt ist, dass das eben nur in Kombination mit vertieftem Fachwissen gelingen kann. Wir glauben also, dass vertieftes Wissen dann stattfindet, wenn Lernende die Chance erhalten, Fachwissen adäquat zu versprachlichen. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir das Handlungspotenzial der Schüler systematisch ausbauen. Ich glaube gar nicht, dass man das so stark absetzen kann von dem, was früher war oder traditionell ist, glaube ich nicht. Sondern vertieftes Lernen gibt es schon immer, nur haben wir jetzt eben eine viel bessere Vorstellung, wann es passiert. Und das passiert eben dann, wenn die Inhalte, wenn die Fertigkeiten bei Ihnen bleiben, wenn sich die automatisieren lassen und wenn Sie eben in der Lage sind, diese Dinge auch tatsächlich vertieft zu verstehen und anzuwenden. Das heißt, der Fokus geht weg von der reinen Lehre, dahingehend auf den Output und zu sagen, haben Sie verstanden, was wir Ihnen vermitteln wollen und können Sie uns auch das in der ansprechenden oder entsprechenden Qualität auch darlegen? Mein Name ist Daniel Bartschat. Ich komme von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart. Und da werden verschiedene interaktive Lehr- und Lernmethoden eingesetzt, unter anderem auch Lego Series Play. Und das ist genau das, was wir heute mal angeschaut haben in einem kleinen Workshop. Die Idee hinter dieser Methode ist es, erstmal eine konkrete Aufgabenstellung für sich selbst zu bearbeiten. Heute hatten wir konkret die Aufgabe, ich soll meine persönlichen Kompetenzen und Stärken mal versuchen, in einem Lego-Modell darzustellen. Und ausgehend von diesem Modell, was dann gebaut wird, sollen die Teilnehmer dann überlegen, welche Rolle können sie mit ihren Eigenschaften, die sie gebaut haben, denn gewinnbringend in einem Projekt zum Beispiel einbringen. Die Lego-Steine lösen immer relativ schnell eine emotionale Reaktion bei den Teilnehmenden aus. Viele fühlen sich erinnert an die Kindheit und man probiert was aus, kann ein bisschen was experimentieren und kommt auch relativ schnell in den Dialog. Und das ist auch die Idee hinter dieser Methode, eine Diskussionsbasis zu schaffen, über die dann eben die relevanten Themen dann auch besprochen werden können. Und das kann man dann sehr schön abstrakt an den Modell machen, weil wir reden ja eigentlich nicht über mich persönlich, sondern wir reden ja über das Modell, das ich von mir gebaut habe. Und das schafft die nötige Distanz, um auch mal dann auch sachlich hart in der Sache zu zurück. Ich finde den Ansatz sehr gut hier in St. Pölten, dass man sagt, wir nehmen uns einen Tag im Jahr raus, ganz bewusst und setzen uns mal mit diesen verschiedenen Aspekten in der Lehre auseinander und gucken vielleicht auch, da müssen wir uns weiterentwickeln und auch die Reflexionsfähigkeit der Studierenden zu adressieren, weil das kommt glaube ich immer nur ein bisschen zu kurz. Man kann viel theoretisch, inhaltlich lernen. Die Frage ist, was kann ich dann umsetzen und was kann ich transferieren in meinen Alltag. Und deswegen finde ich das einen wichtigen Tag hier und ich komme auch jedes Jahr gerne her.